Wir sind laut, weil man uns das ganze klaut! Unser nächster Redner ist Jurist. Er sitzt im Bundestag und ist der Nachfolger als drogenpolitischer Sprecher der Linksfraktion von Frank Tempel. Er hat ein Amt übernommen mit hohen Erwartungen, aber er wird diesen Erwartungen voll und ganz gerecht. Seit zwei Jahren haben wir jemanden im Bundestag, der weiterhin für die Cannabis-Legalisierung kämpft. Ja, Bühne frei für Nima Mouvasat. Liebe Freundinnen und Freunde, ich sitze für die Linke im Bundestag, bin dort drogenpolitischer Sprecher und setze mich dafür ein, dass jeder sein Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen kann. Und zu diesem Selbstbestimmungsrecht gehört eben auch, Cannabis konsumieren zu dürfen. Das Selbstbestimmungsrecht steht im Grundgesetz und es wird heute mit Füßen getreten. Wer Cannabis konsumiert, der hat die Polizei vor der Tür, der hat die Justiz vor der Tür, der kann in den Knast gehen, der kann seinen Führerschein verlieren. Und wir sind heute hier, um zu sagen, Schluss damit! Schluss mit der Kriminalisierung! Wir sind Opfer einer verboten Politik, einer ideologischen Politik von CDU und SPD. Seit vielen Jahren, sie bevormunden uns, ihre Verbotspolitik hat keine Logik. Es fehlt ihr jede wissenschaftliche Grundlage. Sie sagen uns, Cannabis sei gefährlich und sie verschweigen, dass durch Tabakkonsum jedes Jahr in Deutschland 120.000 Menschen sterben, dass durch Alkoholkonsum 74.000 Menschen jedes Jahr sterben und durch Cannabiskonsum noch niemand gestorben ist. Es hat keine Logik, Cannabis zu verbieten, während man Alkohol und Tabak legal überall erhalten kann. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an ein sagenhaftes Interview von Jung und Naiv mit Marlene Mortler. Tilo Jung fragt, also Tilo Jung ist der Gründer dieses YouTube-Kanals, fragt Marlene Mortler, ja warum ist eigentlich Alkohol legal und Cannabis illegal? Und dann sagt Marlene Mortler, weil Cannabis eine illegale Droge ist. Das ist die Begründung der Drogenbeauftragten der deutschen Bundesregierung. Und ich glaube, gegen dieses schlagende Argument kommen wir alle nicht an. Mortler wechselt ja jetzt ins Europaparlament. Mortler wechselt ins Europaparlament. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, dann kriegen wir einen Drogenbeauftragten oder eine Drogenbeauftragte, die weiß, dass illegal und verboten dasselbe ist. Das wäre ja schon mal ein Fortschritt. Die Argumente für eine Legalisierung, die kennt ihr alle, die liegen auf dem Tisch. Und wir sind heute hier, weil wir sagen, es darf so nicht weitergehen wie bisher. Wir wollen ein Ende der Kriminalisierung. Wir wollen nicht, dass Menschen in den Knast gehen, weil sie ein bisschen Cannabis dabei haben. Wir wollen, dass Cannabis legalisiert wird, dass man das legal anbauen kann, dass es sauberer Stoff ist, den man erwärmen kann. Das ist das Ziel, das wir haben. Dafür gehen wir heute gemeinsam laut auf die Straße. Die Forderung nach Legalisierung darf aber auch nicht nur bei den eigenen Interessen aufhören. Die negativen Folgen der Prohibition treffen nicht nur die Konsumentinnen und Konsumenten. Viele Menschen am Rande des sogenannten Schwarzmarktes merken auch die negativen Folgen der Prohibition und zahlen einen hohen Preis dafür. Sie geraten zwischen die Fronten des weltweiten Drogenkrieges, dem Hunderttausenden Menschen das Leben gekostet hat. Die Kleinbauern führen ein Leben in Angst, in Gewalt, in Korruption, in Unsicherheit. Und auch die kleinen Dealer, die direkt an die Konsumenten verkaufen, fristen oft ein Dasein zwischen Repression, Illegalität und Armut. Und diese Problematik muss auch beim Thema Legalisierung auf dem Tisch und sie muss mit berücksichtigt werden, wenn wir Cannabis legalisieren. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir in den nächsten zehn Jahren Cannabis legalisieren werden in Deutschland. Und wenn wir das legalisieren, dann müssen wir auch die Frage stellen, was passiert eigentlich mit den kleinen Dealern im Gurley? Was passiert mit den Homegrowern, die ihre Überschüsse verkaufen? Und sie brauchen legale Erwerbsmöglichkeiten. Es muss Schluss sein, dass sie kriminalisiert werden. Und die Absurdität dieser Kriminalisierung erlebt man in den USA. In den USA hast du Bundesstaaten, da kannst du Cannabis legal erwerben. Aber du hast Menschen, die wegen Verkauf von Cannabis im Gefängnis sitzen. Und das sind vor allem Schwarze. Es ist auch ein ganz massiver Rassismus, der sich da breitmacht, gegen den man auch auf die Straße gehen muss. So, ich will zum Schluss kommen. Was ist zu tun? Erstens, ich hatte es gesagt, Entkriminalisierung. Entkriminalisierung bedeutet auch, dass derjenige, der eine geringe Menge Cannabis dabei hat, deswegen nicht mehr strafrechtlich belangt werden kann. Wir haben ja eine Absurdität heutzutage. Wenn du mit 6 Gramm Cannabis in McPom erwischt wirst, machst du dich strafbar. Wenn du in Berlin mit 15 Gramm erwischt wirst, machst du dich dann erst strafbar. Wir haben einen Flickenteppich an Regelungen. Wir brauchen eine bundesweite geringe Menge, und zwar nach oben mit 15 Gramm, wie in Berlin. Das wäre ein erster wichtiger Schritt. Und es würde sehr viel Geld sparen bei Polizei, bei Justiz. Nicht ohne Grund fordert zum Beispiel der Deutsche Richterbund auch eine Entkriminalisierung von Cannabis. Und zweitens, ich will noch einen Punkt sagen. Wir hatten im Bundestag einen Antrag eingebracht zur Entkriminalisierung als Linke. Der wurde vor kurzem im Gesundheitsausschuss abgestimmt im Bundestag. Und dafür haben gestimmt wir als Linke und die Grünen. Die Koalition hat dagegen gestimmt. Also CDU, CSU, SPD. Aber auch die FDP, die sich immer als Pro-Cannabis-Partei gibt, hat gegen die Entkriminalisierung gestimmt. Vielleicht denkt ihr bei der nächsten Wahl daran. Und zweitens brauchen wir also die Legalisierung. Die Legalisierung von Cannabis ist der entscheidende Schritt. Und wir sind heute schon ein Stück weiter gekommen. Wir haben Cannabis als Medizin. Das ist ein guter Zwischenschritt. Auch wenn da ganz viele Probleme sind, wie Lieferengpässe und teure und hohe Kosten. Und hier in Berlin bewegt sich jetzt auch was. Rot-Rot-Grün hat Drug-Checking eingeführt, wird Drug-Checking einführen. Da hat jeder die Möglichkeit, seinen Stoff auf seine Zusammensetzung prüfen zu lassen. Das sind ganz wichtige Zwischenschritte, die zeigen, wir kommen vorrat. Und deshalb sagen wir heute gemeinsam, und wir werden später am Kanzleramt vorbeigehen, lautstark an die Bundesregierung, Schluss mit der Prohibitionspolitik. Cannabis muss endlich legal werden. Dankeschön. Niemann Mowassat, vielen, vielen Dank. Niemann Mowassat, vielen Dank.